Den Boden erträumen, bei durchschreiten von Gewässern, die Fußspitze nach unten eintauchen! Wenn der Fuß fest den Halt gefunden hat... Am 15. Dezember 1995 um 2 Uhr morgens besetzten wir die Landstraße an der Brücke im Dorf. Alle Bauern aus der Region beteiligen sich an der Blockade. Ein Drittel der Bevölkerung von Chiapas, eine Million Menschen, sind Angehörige indianischer Volksgruppen. Da in den Café-Regionen selbst nicht genug indianische Arbeitskräfte leben und sich meistens auch nicht genug Freiwillige melden, ließen sich die Brustgrundbesitzer schon Anfang des 20. Jahrhunderts sein besonders perfides System einfallen. Eine Art Schuldschlechtschaft. Alles war pacifisch, aber am nächsten Tag, am nächsten Tag, am 16. Dezember, um 6 Uhr morgens, kamen die Sondereinheiten der Polizei. Der neue Zapatismus soll unbedingt vernichtet werden. Dass wir alle aufrufen, zu kämpfen, mit allen nötigen Sorgen, das andere ist, mit was, was für uns gehört! Fünf Männer waren um mich herum. Dann verbanden sie mir die Augen. Dann verbanden sie mir die Augen. Untertitelung des ZDF, 2020